Ich spiel mir das wie vor dem Tod. Oder wie beim Zahnarzt der Bode. Der kleine Ortsschacht in der Nähe von Kiel. Vor zwei Jahren ändert sich an dieser Straße das Leben des damals 16-jährigen Tobias schlagartig und grundlegend. Ich hatte einen Motorradfall auf dem Weg von der Schule. Und dann wurde in der Kurve weggerutscht. Und dann da auf dem Bordstein, dem Baum noch ausgewichen und hier an einem geparkten Auto hängen geblieben. Tobias erleidet schwerste Verletzungen. Und der Arzt hatte gesagt, da ist gar nichts mehr zu machen. Er hatte so schwere Verletzungen, dass eben dieses Großhirn vom Stammhirn fast komplett abgerissen war. Der hatte 16 Schläuche, die in den Körper reingingen irgendwo. Und ansonsten sah er eigentlich ganz friedlich aus, als ob er schläft. Du denkst immer, wach doch jetzt einfach auf. Und der wachte aber nicht auf. Sechs Wochen lang passierte da nichts. Die Chefin des Hauses, ich bin der Diet. Hallo, ich bin Janja. Hallo. So, setzen wir uns mal hin. Wie ist denn der Stand der Dinge? Also, ich bin inzwischen schon ganz schön glücklich, dass ich mein Kind wieder da habe, wo er jetzt ist. Das war ja lange, lange Zeit nicht abzusehen, dass es so klappt. Und dass er eben auch seinen eigenen Weg gehen kann. Tobi, bist du so verbissen? Bist du so ehrgeizig? Ja, also, wenn jemand ehrgeizig ist, dann würde ich sagen, ich muss ganz oft zu Therapien oder zur Untersuchung nach Kiel, Hamburg. Und da kann man nicht immer mit Zug fahren. Also, Pflicht, hoher Einstieg. Pflicht, Automatik. Wie sieht das finanziell aus? Habt ihr was? Ich hab 2500 Euro zusammengespart. Ehrlich? Über die Jahre. Noch von Konfirmationen. Ja. Die Rest der... Geburtstage. So, und hier hast du das Ding abgestellt? Ja, hier bei meinem Onkel und meiner Tante. Hier im Hänger, oder was? Genau. Steht hier seit... Ja, warte, das muss ich erst mal vorziehen, ja? Das ist in Ordnung. So, komm, zu, dort mal frei. Ich muss einmal einen Blick riskieren, was man... Um Gottes Willen, ne? Ja, das sieht... Hinten ist... Hinten sieht noch gut aus. Hinten sieht noch gut aus, sagst du. Der Zustand vom Motorrad ist natürlich ne Katastrophe. So, was war dat hier? Wie viel Kubik? 125. So, das ist alles abgebrochen. Die Gabel ist krumm. Das ist mit Scheinwerfer weggehauen. So. Den? Ja. Der Junge. Pass auf. Kenn den vom Fernseher. Ja, den auch. Wenn einer Ahnung von Motorrädern hat, dann er. Raketenmüller. Sein Spitzname ist dem vierfachen Speedway-Weltmeister bis heute geblieben. Du bist Arne. Ja, wie ist es? Hi. Egon hat dich schon wärmstens empfohlen. Heute ist sein Tag. Echt? Ja. Nee, komm mal her, komm mal her. Nee, 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 ich fang jetzt nicht an zu stöhnen. So, guck mal hier. Was hast du da alles Schönes mitgebracht? Ein paar schöne Paletten. Paletten, jawohl. Die Zurgurte sind nicht inklu. Du, das ist ein Yamaha, 125er, du hast da einen Blick für. Ja, gut, dass Arne jetzt sich irgendwie Glücksgefühle bekommen hat, ist auch klar. Ich meine, das Ding sah aus, dann ist mir der Scheiß noch rumgefallen. Vorsicht. Einmal ab. Ja. Genau, jetzt. Oh, Mensch, Arne. So, was sagst du dazu? Ja, mach mal. Ist für den Rechtsverkehr, siehst du halt hier. Er geht immer da so rechts rum, ne? Hältst du? Ja. Nicht, dass ich nachher kaputt geht noch? Nee, nee, nee. Oh, ein Tackhorn, ein Rennauspuff dran. Ja. Der hat mal richtig Kohle gekostet, aber wenn er verbeult ist, nützt das ja nichts. Das ist kein Ding von einer Stange, das ist was Reelles, willst du dich mal raufsetzen hier. Nee, warte, komm mal her. Setz dich mal rauf. Ihr seid ja, ah! Du kriegst den Arsch auch nicht mehr hoch, oder? So, jetzt hast du dich. Noch ja, noch ja. Das ist ja so, kennst du das so, wie mit der Damenwelt, ne? Der erste Blick ist immer entscheidend. Echt? Wie war dein erstes Gefühl? Oh, mein Herz. Dein Herz? Hast Pumpe? Ja, jetzt hier. Das Ding hat nicht viel runter. 300 mit Handschlag und du hilfst dem jungen Burschen, wieder in die Gänge zu kommen. Ja, also, hast du auch ein Herz, oder? Geil, Arne, geil! Arne, bist ein Bomben-Typ. Der höher gelegte Golf liegt mit 7500 Euro deutlich über Deets Budget. Allerdings ist der VW auch schon elf Jahre alt und steht schon mehrere Monate zum Verkauf. Deet wittert deshalb seine Chance, um den Preis zu drücken. So, Silber, Metallic. Was für einen Baujahr haben wir denn? 2006, Oktober 2006 zugelassen. Okay. Knappe 100.000 Kilometer gelaufen. Aha, wie viele Leute waren da drauf? Wie viele der Hand? Ein Besitzer. Kommt aus erster Hand, von uns damals geliefert. Ach so. Als Neuwagen. Okay. Gab es hier ein paar Probleme? Ich sehe, so ein bisschen wird was übergegeben. Ja, ein paar Lacksteine haben wir ausgebessert, beseitigt. Das wollte ich gerade sagen. Das sieht man hier nämlich sofort. Klar, jetzt hast du hier noch einen Innenkotflügel. Da geht es natürlich rum Steinschlag. Aber hier, guck mal selbst. Ja. Hast du gesehen? Ja. Da hat er ein bisschen Pickel gehabt. Und dann war das ausgebessert. Aber er hat keinen Unfall gehabt. Keinen Unfall, unfallfrei. Wie gesagt, die Lacksteine, die er hatte, haben wir beseitigt. Okay, also hast du unten einmal bis angeduscht. Genau, beide Seiten sogar. Beide Seiten, gucke ich mir gleich nochmal an. Bremse ist soweit klar? Ja, das sollte in Ordnung sein. Reifen auch. Und hier haben wir den normalen 2 Liter. Diesel, genau. 140 PS. 140. Gut. Sag mal Zahnriemen, das ist immer so ein leidiges Thema. Kann ich hier irgendwas finden? Hast du hier irgendwo Waschzettel oder Aufkleber? Oder wie sieht das aus? Zahnriemenwechsel bei dem Auto alle 150.000 Kilometer. Und da der erst 98.000 Kilometer gelaufen hat, also noch nicht fällig. Komm, haben wir gut. Haben, finde ich super. Komm, schmal dann. So. Läuft der hart? Nee, das muss so. Kannst du mal einmal einschlagen? Hören aber jault. Ist ja gar nichts. Ist doch top. So, jetzt kann ich hier nochmal schön in die Federn gucken. Langes Federbein. Achsmanschetten auch nicht versaut. Da kommt kein Fett raus. Koppelstange ist stramm. Ich würde gerne mal eine Runde fahren. Ja, sehr gerne. Ja, erster Check. Fahrwerk, Domlager. Da haben Sie gerne Luft drin. Bordsteinkante. Na, hat's genug gemacht? Habe ich nicht gespürt. Das ist schon mal der erste Pluspunkt. Jetzt, wie zieht er durch? Kraftschluss, Lastwechsel. Haut das hin. Kein Rucken, kein Zucken. Denn gerade die erste Generation des Doppelkupplungsgetriebes ist wartungsintensiv. Ja, warum sollte man beim DSG-Getriebe oft eine Getriebespülung machen? Ganz klar. Weil sich die Filter zusetzen. Dann hast du keinen richtigen Kraftschluss. Das heißt, du trittst rein, merkst auch mal ein Rucken, ein verzögertes Zucken. Und das wird immer schlimmer. Nicht bei diesem Exemplar. So, was machen wir hier? Du kennst doch mein Problem. Große Autos, kleine Kasseln. Ich würde dir die 7 glatt machen. Also 7.000 Euro, dann kannst du die mitnehmen. Und 6 glatt kommt für dich nicht in Frage? Nein, auf keinen Fall. Keine Chance. Service neu, TÜV neu. Garantie ist mit bei. Die gebe ich dazu. Ja, da sind wir doch schon bei 6,2. Ja, 7. Oh, nee. Du musst ja aufrechnen, nicht runterrechnen. Ja, aber nicht. Ich komme von meinen 6 weg, gehe Richtung 7 hoch. Und du kommst von 7 weg und gehst Richtung 6. Mensch, du hast doch auch Eier. Wie viele Jahre machst du das schon? 17 Jahre. Ja, siehst du, dann weißt du das auch. Deswegen kämpfe ich ja gerade. Ja, ich kämpfe auch gerade. Ich brauche gleich Knieschoner. Ich bin schon ganz unten, du. Ja, genau. Sag mal. Also pass auf, Det. Ich lege mich mal weit aus dem Fenster. 6,5 und dann machen wir das. Dann kannst du ihn mitnehmen. Komplett fertig, TÜV neu, Inspektion. 6,5. Ja. Das ist dein Wort. Ja. Und das steht, das ist Gesetz. Definitiv. Gebe ich dir die Hand drauf. Danke dir. Ronny, super. Den Mini Cooper hat Händler Olli gerade für 3.500 Euro angekauft. Das Auto ist zwar 11 Jahre alt, aber erst aus zweiter Hand und sehr gepflegt. Alle Kundendienste wurden in Ollis BMW Autohaus gemacht. Englisches Auto. Ja, andere Seite. Runden rechts, ne? Jawohl. Zack, zack. Weiter, weiter, weiter nach rechts. Ja, ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Das war doch hier. Noch weiter, noch weiter. Da bin ich ja schon auf dem Bürgersteig. Da ist er doch. Da ist er doch. So. Was hat er runter jetzt? Hat jetzt 125,5 gelaufen. Man mag keine miesen Geräusche. Motorlager und so weiter. Auch gerne ein Problem gewesen. Alles dicht, alles schier. So, war das mit Ablagerung, hat er auch nicht. Ist soweit alles gut, guck dir an. Keine Startenschläge, alles soweit schicko, oder? Ich kann dir nicht mehr geben, wenn ich nicht so viel hab. Hast du rote Nummern? Hab ich. Keine Runde um den Block fahren. Ja. Deed hofft, auf der Probefahrt mehr zu erreichen. Wo kann er den Autohändler packen? Guckung ist schon mal gut. Guckung ist sehr gut. Durchzug haben wir. Getriebe ist gut. Schaltet. Nicht hakelig. Nicht hakelig. Du weißt Bescheid, du. Bekanntes Problem, Lenkung, Autohänd. Ja, ist exakt. Und vor allen Dingen, du kannst es auch mal so. Spiel mir das weh vom Tod. Oder wie beim Zahnarzt der Bogen. Genau, das ist nämlich die Mini-Lenkung. Die jault und die kreischt und die pfeift. Aber dieser ist gut, du. Verdammte Axt. Folgender Vorschlag. Motorradfahrer halten ja zusammen. Richtig. Was hältst du davon? Ich geb dir die Karre hier für zweieinhalb. Aber den TÜV, zwei Jahre, machst du. Sprich, nochmal eine Hunderter on top. Ja, 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 ja. Okay, und jetzt, das finde ich, das ist geil, geil, geil. Super nett. Wenn mir aber der TÜV wegbricht, ohne Plakette, mache ich keine Scheine. Stimmt. Aber der Mini bekommt einen neuen TÜV. Diet kann aufatmen. Aber das hier alles, ne? Das wird jetzt hier geraten. Muss ich es zählen oder kann ich jetzt von? Ich weiß genau, wie viel Geld ich im Meutel hab. Da kannst du mir vertrauen, du. Ich hab jetzt gute Laune. Eine frische Plakette, einen guten Mini. Diet hat in den Mini 2500 und in die neue Plakette 100 Euro investiert. Sein Budget ist auf ganze 200 Euro zusammengeschrumpft. Und auch die Familie war fleißig. Am nächsten Morgen muss der Gebrauchtwagen-Experte daher früh ran. Kuchen backen im großen Stil ist angesagt. So, jetzt heißt das hier aber Frühschicht, ne? Die Sonne gerade aufgegangen. Super kalt, aber die ersten sind schon eine Maloche. Und wie läuft's mit der Würste? Läuft's? Habt ihr auch was vom Pferd? Nein. Nein. Ne, Pferd nicht. Jetzt wird nämlich gebacken, ne? Da ist er. Wartest du schon auf mich? Ja. Ausgepennt? Ja, einigermaßen. Hat alles geklappt? Ja. Das ist unsere Bäckerei. Ja, die haben wir. Ja, organisiert? Ja. Super. Und Werbung? Oh, 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 hier, da war er kreativ. Jetzt geht's los. Aktionen schlemmen Sie mit, ne? Wie heißt das nochmal? Erst backen, dann? Essen. Richtig, dann wollen wir mal. Komm. Ganze fünf Meter lang soll er werden. Der längste Sandkuchen Rendsburgs soll morgen auf dem Wochenmarkt ordentlich Geld in die Kasse spüren. Ich kann es auch gerne schon mal fünf Eier einschlagen. Ich soll fünf Eier einschlagen? Ja, das kriege ich hin. Ja, das ist ein Dierer-Markt. Insgesamt wandern mehr als 80 Eier, dreieinhalb Kilo Mehl und fast drei Kilo Zucker in die Rührschüsseln. Hier, wie heißt das? Schneebesen? Ja. Nein, das ist das, was man zu Hause hat, nur halt in groß. Für einen Mixer, ne? Ja. Das kannst du ja auch auf der Baustelle benutzen. Im Akkord rühren und mixen Deed und Tobi, bevor der Teig in die Kastenformen wandert. Was sagst du? Erster Eindruck, Spitze. Zweiter Eindruck, super. Windelblau. Sehr gut. Wieder ein Pulli. Weiter. Kein Service. Platz an der Eckscheibe. Willst du noch Geld für einen? Ja, pass mal auf. Ja. So ein Ding, ne? Das drückst du hier raus. Auf deinem Händlerplatz hier. Für locker. 4,6, 4,8. So schreibst du ihn an. Wegen, Dach. Wegen, unter 150.000 gelaufen. Wegen, zweite Hand erst, ne? Ja. Wegen, Top-Optik. Ne? Ja, ja, ist so. Ist so. Norbert ist ein harter Knochen. Deed hat selbst 2600 Euro bezahlt. Sag doch mal, sag doch mal, sag doch mal jetzt. Ich stehe ihn auch und, ja, muss ich jetzt 200 Euro runtergehen. 4,2. Mein Fehler. Wo ist das Serviceheft? Norbert, der Wagen gehört dir. Verdammt nochmal, du. Oh ja, es fehlt noch einiges. Deed ist nach dem Verkauf des Mini zwar bei immerhin 4400 Euro Budget angekommen, der Golf Plus kostet aber 6,5. Der Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt muss also so richtig einschlagen. Da ist sie ja. Gut. Donnerwetter. Guten Morgen. Du, da hast aber einen gemacht, ne? Die Mädels haben sie gemacht. Die Mädels haben ja, aber die Mädels und ihr gestern, ne? Na, guck mal, ne? Und hier brummt das schon, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Hier läuft das schon. Deed muss mit 5 Metern Kuchen über 2000 Euro einnehmen, sonst ist Schicht in Schacht bei Kiel. Hau rein, dann. Jetzt raus, aber einen raus, du. Ja, klar. Jetzt raus, einen raus. Das ist wie beim Skat spielen, wo was weggeht, kommt was wieder. Da hast du recht. Du hast doch immer Hunger, ne? Komm mal ran hier. Ist das genug für ein Stück Kuchen? Ja, komm, steck ins Rohr, dann ist es auch in Ordnung da. Dankeschön. Läuft ja heute wie geschmiert, wer hätte das gedacht, ne? So, bitte. Dankeschön. Ich sag auch, danke. So, dann wollen wir mal stolpern gehen, ne? Da fliegt mir gleich das Blech weg. Es wandern zwar auch Scheine in die Boxen, doch Deed ist das noch nicht genug. Er zieht alle Register und macht einen auf Bauchladen. Hast du Hunger? Ja. Wenn du Bock hast, gibst du noch ein bisschen mit Hartgeld da rein. Hast du noch was? Ein bisschen Schatz. Tatsächlich, die Spendenbereitschaft der Rendsburger war riesig. Der längste Sandkuchen der Stadt und die Spenden haben am Ende eines langen Tages über 2100 Euro für Tobis neues Auto eingebracht. Komm, Vati, eine Seite nimmst du, eine Seite nehm ich. Achtung, auf Kommando. Räumen wir, bist du soweit? Tobi! Ja, komm! Hat sie die Sprache verschlagen? Ja. Ach komm her, das kann doch nicht wahr sein. Ach komm. Das sind aber Freudentränen, oder? Ja. So schön? Ja. Ist das so schön? Ja. Oh Gott. Wollen wir mal Platz nehmen? Ja? Tobi, dein Platz. Guck mal, was du noch geschafft hast, Tobi. Das kann ich mal nicht. Das kann ich mal sehen. Komm her, dein Platz ist auf der Fahrerseite. Ja, das kommt doch alles. Guck mal, hier mit dem Einstieg, ne? Damit du es ein bisschen leichter hast. Ja? Fass das. Also, Einstieg ist hoch. Automatik haben wir. Luxus haben wir auch. Also, ich sag mal so, ne? Das Einzige, was hier noch fehlt, ne? Kannst du den noch eben an den Spiegel machen? Ne? Damit du komplett bist? Also, Leute, weißt du was? So ein Wimpel muss doch sein, zum Glücklichsein, oder? Ja. Ist er jetzt komplett? Ja. Bist du glücklich? Ja. Ja, so wollte ich dich hören. Das freut mich auch, du.